Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1495 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Untertitelung des ZDF für funk, 2017